wo ist es hin ich habe keine ahnung ich weiss nicht ob wir kamera 7 und 8 mehr rechts vom wohnwagen platzieren wollen nein ich bin so blöd hey wenn ich in die falle gelaufen soll ich die die kamera 8 mal holen dann lass uns gemeinsam laufen dass wir den wohnwagen irgendwie umkreisen können das ist in diese richtung so wo bist du aber den zeigt es nur in einem gewissen oder ist es weil wir die camps dahin gestellt haben dass der angezeigt wurde könnte das sein auf der map ich weiß es nicht ich muss muss mal was in die fingern nehmen scheiße die finde ich doch nie warte mal die karte nehmen müssen ein stück die karte müsste hoch sein hier ja sollte jetzt genau da sein gut ok welche wollen wir noch einpacken die 7 mhm komm machen wo bist du hinter dir eh scheißbaum auch scheiße ich habe alles leben ja auch hier ich habe sie und dann schnell wieder zum wagen ja doch die richtung wie der atmet hier steht noch einer ach das ist schon kamera 4 so wollen wir die aufstellen dass das sinn macht 京st hm 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 Ich stelle mir vor, es ist eine autonome Falle. Fleisch hat sie auch, glaube ich, alles mitgenommen, oder? Scheiße. Also Fallen habe ich auch gerne mehr. Ich bin weg. Wo ist denn der? Jetzt kreisen wir mal unseren Wohnwagen ein mit Camps. Hallo? Ich tue dir nichts. Kamera 7 oder 8? Äh, Achtung, hast gleich wieder eine? Jetzt habe ich keine mehr. Wieso sind die kaputt? 7 und 8 haben wir geholt. Die 7 habe ich jetzt hängestellt und die 8 solltest du haben. Ich habe es gerade gesehen. Wo stehe ich die denn noch auf? Also ich weiß langsam nicht, ob wir Bigfoot finden oder er uns. Ich glaube, ihr findet uns. So, die 8 steht auch. Äh, so. Mit der Kamera schaust, ich habe immer so Schiss, dass der plötzlich da steht. Also ich denke jetzt, dass man da wirklich wild jagen könnte. Und die Äste konnte ich sammeln, aber ich habe irgendwie kein Inventar. Ich weiss nicht, wo es mir das hin macht, um die Falle zuzudecken oder wie das gemeint ist. Hm, was ist da hin? Ich habe es abgehauen, das Feierabend. Ich habe keinen Bock mehr. Also wenn ich so hart beschossen werden würde, würde ich aber auch abhauen freiwillig. Dann würde ich auch den Dienst quittieren. Scheiße. Ich habe dir die ganzen Ich habe jetzt noch vier Tractor-Bads übrig. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir da sterben, dann ist es vorbei. Also alles verbraucht haben, dann ist der Dienst. Hm. Bist du gerade hier vorne dran gelaufen? Ich gehe davon aus, ja. Bei dir vorbei, ja. Ja. Davon läufst du. Jetzt hätte ich dich gerade mächtig hart beschossen. Mal gucken, ob wir die Leute finden. Ja, es hat ganz viele so Hochsitze, oder wie man dem sagt. Und da habe ich jetzt eine Falle gefunden und Munition. Jetzt muss ich gucken. Okay, da waren wir noch nicht. Weil das letzte Mal, ich habe jetzt einmal habe ich das so circa eine Stunde gespielt. Und da habe ich ganz viele von denen gefunden. Und stieg. Okay. Wo ist denn der hin? Ohne Brücke. Ja, das könnte ich wahrscheinlich jetzt die Stelle gefunden haben, wo die einen tot sind. Ganz viel Blut. Oben liegen dann die Leichen. Ein Kanu am Fluss. Also am Wasser. Genau. Und ein Bist... Ah, scheiße, da wäre wild. Wir spielen der Hunter. Wir dürfen das Wild nicht aufschrecken. Oh. 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 Mann. Ja, extrem. Wir sind zu laut. Das wäre jetzt schon noch interessant, ob das gehen würde, dass man das erlegen kann. Hm. Wo ist es hin? Oh, das bist du. Mann. Ich gehe mal hier unten zwischen den zwei Bergen lang. Oder jetzt zwei Hügeln. Man hört ihn auch nicht mehr. Der ist vielleicht gestorben. Das Spiel wäre schon lange zu Ende. Echt? Oh, ich habe einen Toten gefunden. Cool. Ich will auch gucken. Ja. Nicht genau zwischen zwischen den zwei Bergen. Oh, ja. Hey. Mann. Du hast es getötet. Das ist alles dein... Da ist Munition. Laleu. Hast du Platz? Bei dem liegt Munition. Ich bin voll. Ja, ich... Ja, ich... Ich habe hier gerade einen Hirscher schossen. Nee. Aber den kannst du denn auch nicht. Nee. Ja, und beim Toten würde er dann... Wo bist du denn? Da? Ja, wo hat er denn Munition? Ist doch blöd. Also, dann muss man echt mit dem wenigen, was man hat, muss man irgendwie klarkommen. Doch, doch. Nebendran ist ein Päckchen. Der hat bei mir keine Munition. Hier. Das da. Bei dir nicht? Doch, hier, die ist bei mir Munition. Aber ich habe schon voll. Dann kann es nicht aufnehmen. Oh, das ist ja blöd. Hm. So, Bigfoot, zeig dich, du Arsch. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter, mal gucken, was ich da nur so finde. Ja, krass. Boah, ist das dicker Nebel. Wenn der da irgendwo angestimmt kommt, da ist der bei Arsch gerade. Ich glaube, da muss man dann wirklich so voll eine... Ach, scheiße, sorry. Irgendwie eine Strategie in dem ich... Oh, Map Ende. Weil er greift ja auch an. Hier oben, ja, eine gute Position für eine Kamera. Natürlich keine dabei, hä? Alle haben wir im Auto liegen lassen. Ja, aber ich glaube, hier hinten ist nichts mehr. Hm, scheiße. Ne, hier ist Ende. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich den wirklich mit einem Track der Fall verwischt habe. Jetzt bin ich da an einem Fluss. Hm? Das ist eine Brücke. Ah, muss da rum. Ah, muss da rum. Ah, muss da rum. Mensch, wo ist denn der? Oder kommt nur nachts? Der versteckt sich. Hören Sie. Der hat Angst, dass er wieder eine Kugel abkriegt. Bigfoot. Wo bist du denn? Oder der kommt wirklich nur nachts raus. Ich weiß es gar nicht mehr, wann ich den sah. Das könnte natürlich auch sein, dass man tagsüber eigentlich Zeit hat, sich vorzubereiten, mehr oder weniger, und der nur nachts kommt. Jetzt müsste ich bei der Aufnahme schauen, ob ich den... Ich habe den ein paar Mal getroffen, ob es nur nachts war. Ich habe den nur so ein Leuchtfeuer-Dingens. Ich wäre jetzt gerade bei Kamera 6. Soll ich die wegnehmen, oder wie? Kannst du auf der Karte, sonst ist es so was zu zeigen. Keine Ahnung, wo die Kamera 6 gerade rumsteht. Nee, ich bin auf einem ganz anderen Gebiet. Ich bin noch hinter dem See. Am Grumlaufen. Ach so, du siehst es gar nicht. Nee, ich bin außerhalb der Range. Soll ich nehmen jetzt die Falle mit und das Fleisch, die da steht, machen wir die in der Nähe des Wohnwagens hin. Ich gucke da gerade, ob ich eventuell noch irgendwo ein paar Tractor-Munition finde. Wird es langsam dunkel? Okay, ich bin mal weg. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt auch in der Richtung, wo... Da oben drauf hat es meistens was. Das ist ein Hochsitz. Cool. Oh, Signalpistolen. Signal-Munition, das war's. Sehr toll. Ähm, jetzt mache ich hier eine hin. Und Fleisch. So. Wieso? Alter, jetzt kriege ich aber gerade Panik. Du weißt gar nicht, wie weit ich weg vom Wohnmobil bin. Cool, ich habe ja noch einen Hochsitz. Oh, nö. So. Ah ja, den ganzen, jetzt immer sein Zell ist, war nix mehr. Ja, den ganzen, jetzt immer sein Zell ist, war nix mehr. Ich bin voll angespannt. In dem Scheiß wie. In dem Scheiß wiegen. Kohlen-Munition und bärenvoller. Oh. 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 Ich werde ihn so auf. So, ich verstecke mich. Oh. Oh. Wir können uns hier nicht fahren können. Oh. Ich kann uns so schlappen. Oh. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh. Oh, er hier angriffen. Mist. Wo ist der denn? Ich hab getroffen. Am Wohnwagen oder was? Wow, fuck. Weg. Wo ist der? Ich hab ihn verfolgt, aber ich muss wieder zurück. Faisal, wo geht's zurück? Ich bin weg. Ich bin ihm hinterher. Der hat einen Wohnwagen angegriffen. Türe rein. Scheiße, ich bin bald tot. Nein, ich bin tot. Nein.